moin moin herzlich willkommen hier bei 1 chris ich nehme noch ganz schnell eine folge auf bevor ich gar nichts für heute habe für euch den donnerstag was wollen wir machen heute auch ohne cam weil das jetzt eine ganz fixe spontane sache ist ist auch die zweite hälfte schon müsst euch nicht den ganzen schmutz ankommen ja das geht schon die ganze zeit so also irgendwie irgendwie kriegst du mal was geschossen und mal auch irgendwie nicht okay ist das einfach nur eine fixe aufnahme dass wir heute noch was schlecht ja ihr seht schon immer noch silber ich komme doch irgendwie immer noch nicht so ganz raus ich suche mir mal jemanden mit dem bischen trainieren kann und mal aus dem sumpf da rauskommen ist ja absoluter ärgerlicher schmutz hier aber gut kommen wir uns mal die zweite runde an hier zweite hälfte so rum müsst ihr euch nicht alles angucken und versuchen wir mal noch das beste rauszuholen ja danke wir hatten ein bisschen wir sind hier mit interne sachen deswegen konnte ich nichts aufnehmen an gta pp tut mir leid ich gelobe besserung die wollen arm machen scheint so nein man ich bin grad schon wieder zu hektisch die ersten drei vier runden habe ich genau die jetzt sind jetzt haben muss die jungs mal leiser schreibe ich schreiben sie uns hohe hallo habe ich will ihm auch und die und 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 ist der eine pre feier den herrn ach da macht auch mal spaß hier zu zukommen hat er die bombe ja warum geht er nicht wie machen sie sich jetzt ein spaß aus und reiten mit pisteln die hatten jetzt dazu natürlich muss man sagen auch die pistol round von one oh pre feiern da sind die also ist das schon irgendwie drauf die box immer am weg okay die hatte jetzt komplett geschafft leer zu schießen okay warum nicht anstatt jetzt b zu ok ja da keine zeit mehr für kann man machen muss man nicht kann man so ich glaube jetzt besserung ich werde das schon ich rieche es für mich ich will einstehren kein geld kannst du mal schrott kaufen passt schon 14 13 alle junge 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 werfen wir mal ganz gerne die hier die hier nicht brauchen danke die lese die lese die lese nilise 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 kann man noch mal gebraucht wenn gerade tatsächlich etwas maximal überfordert von wo ballert er die kaputt die die leute die leute die leute so ungewohnt ohne ohne kamera aber bis ich das jetzt noch das hier go b go b go b go b ok Wo ist die denn hin? Ich bin ein bisschen nervös, der Junge, wa? Ich frage mich immer, irgendwie sterben ja schon viele, ich frage mich aber wie die denn immer noch 2 gegen 2 spielen. Die hat keiner. Liegt da oben noch. Stimmt, die hatte der Kollege, der da 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 da. Mann ey, da musste sitzen sowas. Okay. Erstmal wackeln. Schnappt ihr doch die Bombe und gib B. Äh, A. Okay, ich schaff da gar nicht mehr Zeit. Ich achte gerade nicht so ganz auf die Zeit, tut mir leid. Sein Füßchen hat man gesehen. Er braucht jetzt nur Zeit spielen, ne? Okay. Geil. Oh, Awe gegen Awe. Uh. Äh, er braucht sich gar nicht zeigen. Ich weiß gar nicht, auf was wartet er denn? Ja, jetzt. Oh, da fängt er sich da noch. Na gut. Hätten wir nicht besser gemacht. Muss ich auch mal ganz klar sagen. Ähm. So. Ich hab kein Wort verstanden, danke. Ich würde auch sagen, A war bis jetzt am besten. Affordable, Appliber über den violatorn. Vai finde den rutsal, es ist ein kärner. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 3 1. 1. 1... 1. Müsste doch da gleich rauskommen, oder? Da hab ich das Köpfchen gesehen, zack, da kriegt er einen. So schnell geht das. Falls das ein bisschen laggy aussieht, dann tut mir das jetzt schon mal leid. Ich muss ja Counter-Strike ein bisschen eine Auszeit nehmen, für was? Warum? Was? Warum? Keine Ahnung, macht was ihr wollt. Kann sein, dass er irgendwas sagte aus seiner Sprache. Bläh, 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 bläh. Hinter mir. Unter mir stand er. Sorry. Alter, ist der was? Bam, 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 bam. Okay. Rechts, links, links. Rechts? Links? Keine Ahnung. Überall sind Schritte. Es ist sehr ausgeglichen, muss man tatsächlich immer sagen. Da waren, glaube ich, ein paar Schimpfhörder mit zwischen. Auszeit für die Tees. Warum? Ich habe es jetzt immer noch nicht verstanden, aber irgendwie wollten ja alle. Keine Ahnung. Ah, okay. Irgendjemand, wo Probleme hat. Nehmen wir die Zeit mal kurz um. Äh. Audio ist es, glaube ich, ne? Was ist das hier? Kommentatoren. Nö, das ist verkehrt. Hier, da ist es doch. Machen wir das mal so. Dann bricht uns das vielleicht nicht so direkt die Ohren. Ähm. Was machen wir jetzt? Mal ein bisschen Granados. Immer wichtig. Achso, hier, der letzte da ist raus. Okay. KW Esports. Alles klar. Ist doch nett. Neun zwölf. Ja, wie gesagt, falls es so ein bisschen laggy aussieht bei euch, tut mir ein bisschen schon leid. Das war jetzt auch einfach so ganz stumpf aus dem Nichts jetzt mal eben schnell. Nehmt wie wenigstens die zweite Hälfte aufnehmen, dass wir mal wenigstens ein Video rausbringen für morgen. Also für euch morgen. Ich nehme es jetzt genau einen Tag vorher auf. Einen Abend quasi. Ne, am gleichen Tag sogar, wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke. Oh, Holzkopf, Alter. Jede Runde werfe ich hier was hin. Stärzen. Warum schießen die sich jetzt gegenseitig tot? Troll. 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 Hm. Ich habe es gehört, aber irgendwie wollte ich mich mittendrin umentscheiden. und eine Granate noch zuziehen. Die Granate noch zählen. Ui. War ein Zungenbrecher. Troll. Is's pretty nice. Nice. Oh. So Messer hätte ich auch gern. Nice classics. Lucky. Knife. Type. Schönes knife. Na ja, danke. Ich gebe dir die Bombo und jetzt kriege ich eine AK, danke schön. Ah, da ist er wieder! Moin! 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 Moin, Moin! pausen kommt ohne dich ist ich bin zwar nicht besser aber manchmal frage ich mich wie das zustande kommt dass da so viele schüsse auf hintereinander aus ballern richtig schnell die bombe wird jetzt ja das bringt doch jetzt was mit ihm willst du als letzter stehen oder was ich war jetzt das problem ist wenn du schlecht hier raus kommst dann und geblockt wird bis zum geht nicht mehr mag was ist denn mit dir du holz einmal das ist echt ärgerlich man kann auch mal pre feiern das ist gar kein thema warum nimmt man sich doch irgendwas anderes also ihr könnt mir das ja meine kommentare da lassen macht das sind so ein ding also ich halte das für 100 prozent fragwürdig so ein ding beim er hat jetzt aus der geschichte jetzt ein hp noch behalten was hat er jetzt großartig geschafft damit kloppen sie bezahlen vor der gimme sojuznike bläck oi 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 falschen moment rausgehen und du bist weg die bombe müsste durch sein ein bisschen time spielen das ist gut und wir uns das wünschen noch auch wenn wir nix gemacht haben hast du jetzt am besten nicht mehr sterben danke ja die profi versuche sind da nein was macht ihr denn ich habe doch jetzt ein eine soll er nehmen also ich habe null granatas flashbang out sagte mann das ding scheint wohl doch ein bisschen krasser zu sein wie ich dachte drei leute haben wir jetzt weg geholt diese necke scheint wohl doch ein bisschen besser zu sein ja also das ist echt uncool gerade wie viele ach so das war eine farm ist ja auch dass das eine necke ist irgendwie viel spiel gegen drei irgendwie kassierst du ja immer ein hit was na gut er hatte schon ein bisschen was weg das wird wieder so eine silberpose sein irgendwo und dann kriegt er einfach einen ab und dann war es dort prädikt ich jetzt mal einfach so ich gucke da einfach mit messer hin mir egal ok da sag ich nix fünf mal besser war ich hier entscheidung so ne so holen thanks thanks yeah one time i i think it's a good idea go b go a schönes ding warum hat er die ganze zeit rum damit hätte ich ihn jetzt geflasht oh oh we're this Named best oh unbeường just auf Oh Gott, ich bin ein Geist. Oh Gott, ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Nein! Der war schon weitergelaufen, die haben CT gesagt. Und da habe ich mich jetzt auch verlassen! Oh Mann! Ah, schade. Herrbelig, was war das denn jetzt gerade? Ärgerlich. Das Problem ist, auf B sind wir noch nie durchgekommen, noch nie. Nachin' du sie wegfangen? Nachin' du sie wegfangen, blöke, blöke, blöke! ein schwarze ist, dass ihr da seid schwarze 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 Nein, ich wollte gerade um die Ecke rennen, Mann ey, scheiß Dreck. Dann dachte ich mir, komm, machst den Move auf B, aber nö. Wie das zu langsam, ich habe gezögert, weil ich wusste nicht, ob der jetzt echt runterkommt oder nach oben steht, hinter dir. War da reingelurrt, wa? Pff, was war das denn? Ja, ein gutes Aim, wa? Oh, den weiß er jetzt als der letzte. Oh, den kann er jetzt schön outtrain. Schade, da hat er ein bisschen Zeit mit verschenkt. Shut out. Ich bin gespannt, ob er das jetzt holt. Also er hat einen guten Dauerfeuer, also Spray Control. Sollte er jetzt, den soll er jetzt aber haben. Na, ich habe mal kurz neben das Mikro gesprungen. Und hat Mikro nicht so geil. Nein, zieht der tatsächlich durch, der war jetzt so weit weg. Ah. Das ist ja ärgerlich. Ah, klassisch. Schön. Hebe, bl***. Und droppen, oh, ni ch**a, n*****a, n*****a, bl***. Let's 3-A again, please. Na. Irgendwie sind wir bis jetzt hier immer durchgekommen. Anga, wenn du nicht bunnyhoppen kannst, dann lass es doch einfach. Na, Pau es hier ist jetzt. oi das sind aber zu viele da sind wir sinnlos gestorben ja das waren zu viele auf dem haufen oh man ey das jetzt noch wegwerfen das wird ja 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 Töke, so glätsch! Das ist so glätsch! Lätsch! Ich hab so viele Kanser gewonnen! Das ist so glätsch! Danke für den Räuen! Geh! Geh, 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 geh! Den holen wir uns! Den holen wir uns noch! Boah, das war jetzt aber ein Last-Minute-Winner! Junge, Junge, Junge! Alter! So, schöne knackige 24 Minuten! Ich glaube, die schneide ich auch nicht zurecht, die lasse ich einfach so wie sie sind! Oh, geil! Alter, guck mal, noch ein Uprang! Was waren die anderen so? Das würde mich jetzt nochmal schnell interessieren! Na, komm! Zeig's mir! Alles Dreier! Passt, nö! Auch nicht! Quatsch eigentlich! Was ich da erzählt hab! Aber passt schon! Das war doch eine geile Runde! Schick, schick! Platz, die Bombe noch! So, äh, ja, weil ihr mich nicht seht, passt schon! Guckt doch gerne in die Beschreibung, lasst mir gerne noch ein Abo und ein Like da! Kommentiert fleißig, was ihr mal gerne noch sehen wollen würdet! Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal! Reingehauen und tschö tschö!